ZOO SIMULATOR ZOO SIMULATOR ZOO SIMULATOR ZOO SIMULATOR Zu unserer Hütte hier hinten. Ja. Und auf Tab kann man das Tablet finden. Es ist übrigens, ja, es ist wie gesagt ein Zoo-Simulator und ihr seht ja hier die Map, was wir hier sind. Wir sind aktuell hier. Hier ist der Eingang, da sind wir gerade gestartet. Wir haben drei Gehege schon gemacht. Und dann gibt es noch etliche andere Gehege, die wir noch bauen können. Es gibt ein Fotoapparat. Wir können die Mitarbeiter sehen, was wir brauchen. Hier Gärtner zum Beispiel, wenn wir noch so einen hätten. wir können sachen renovieren unsere unsere gebäude sozusagen wir haben allerdings auch schon eine toilette gebaut zum beispiel gibt es etliche pflanzen gärtner gesucht müsste ich vielleicht meinen gärtner einstellen könnte man machen und es gibt auch verschiedene sachen die wir hier leveln können wir können zum beispiel den bohrer nochmal einmal leveln wenn wir das hätten oder die schweißmaschine die es jetzt auch gibt man muss also quasi sachen reparieren wieso geht er hier hinten lang es sieht so aus als dürften die hier aber wir müssen jetzt erstmal ein wasserspender kaufen das machen wir hier auf tab in unserem tablet hier gibt es einen wasserspender den kaufen wir mal für tausend genau ich kriege auch viele achievements so dass ihr bescheid wisst genau verwende die schüssel um wasserhand zu entfernen montieren wasserspender also machen wir das jetzt hier bei unserem nashorn der hat nämlich auch schon futterspender das haben wir glaube ich in der ersten version nämlich auch schon mal gemacht so ich brauche den schlüssel dann demontieren wir hier den schlüssel dann demontieren wir den wasserhahn genau und es ist ein bisschen was anderes als zum beispiel planet zu was wäre auch viel spielen so dann kommt der wasserspender drauf hier demontieren wir darauf fertig ist das ding du hast das tutorial abgeschlossen du hast dir die meisten fähigkeiten und werkzeuge angeeignet die die ermöglichen sich vollständig um den zoo zu kümmern es liegt noch eine menge attraktionen und spaß vor dem neue gehege neue tierarten und ständig klagen besucher oder vielleicht gelingt es dir mit etwas mühe und harter arbeit sie zufrieden zu stellen alles liegt von alles liegt vor dir viel glück so das heißt wir haben jetzt hier den wasserspender das heißt hier das müsste voll sein der futterspender ist auch noch voll mit den pellets und das hier ist halt das das nashorn gehege es ist nicht ganz so cool wie man das sich erwarten wie man es erwarten würde wir sollen jetzt sechs gehege operieren und dann sollen wir sechs tierarten insgesamt haben schlaf ist noch nicht so gutes spiel auch nicht gesellschaft das nashorn möchte möchte gesellschaft haben scheinbar ich meine ich kann auch noch ein zweites adoptieren so ist das nicht das nashorn heißt übrigens günther und das ist gustav ist die gazelle die könnte auch der könnte auch ein bisschen was vertragen der ist noch nicht ganz so zufrieden gesellschaft also am liebsten würde ich noch eine zweite gazelle holen damit wir da auf jeden fall noch was haben hier kann man sich hier drinnen kaufen an diesem an diesem pc also zum beispiel jetzt ein ein dromedark haben wir ein löwe fennig coyote gibt es keine weibliche gazelle mehr oder was doch hier adoptieren wir die kommt hier rein so genau afrikanischer büffel es gibt etliche tiere wir sehen es in der enzyklopädie hier könnt ihr sehen es sind jetzt breiten maunas werden im spiel gazellen straße nil pferde elefanten grizzlies afrikanische büffel dromedare kojoten kleine pandas fennigs hyänen gorilla löwen und tiger genau die sind jetzt im spiel aber wir holen jetzt erstmal dass das tier aus der müsste hier vorne sein hier das ist gabi weil ist ja ein weibchen dann haben wir da auf jeden fall zwei gazellen die müssten jetzt gesellschaft besser sein das spiel haben die noch nicht so viel das heißt wir gehen mal rein was finden die gut das finden die schammer gut kann ich hier eigentlich solche sachen kaputt machen wie viel futter haben die noch man weiß es nicht ich kann halt noch ein bisschen auffüllen so auf v kannst du mal dekoration machen und zwar hätte ich ganz gerne jetzt spielzeug für die was für spielzeug würden die dann nehmen so ein kegel vielleicht wir dann hier hinstellen dann können die da umlaufen die beiden nach unten scrollen verkleinern geht gar nicht das geht schammer nicht na gut accessoires für auslauf ein holzkratz baum das würde ich glaube ich gar nicht so doof finden für die für die gazellen weil warte mal kann ich mir das anzeigen was für was was die gazellen brauchen in der enzyklopädie hecke und heue hecke und heue hecke und heue also brauchen sie die dinge hier gar nicht kann ich die verkaufen auf f verkaufen wir sachen hecke und heue dann kriegen die so ein bisschen heu hier hin so escape und dann gibt es halt hier wieder so einen schirm das wäre glaube ich gar nicht so blöd für die als unterstand als unterschlupf so hier sind hecken also nicht wofür wofür das gut sein soll hauptsache wir haben sie schiefmann gekriegt für mehr dekoration ich hätte halt gesagt dass die dass die vielleicht auch so dass die auch einen kratz baum brauchen aber brauchen die schon mal nicht seid ihr zufrieden sie sind sehr zufrieden tatsächlich okay das gut dann lassen wir sie mal hier in ruhe jetzt wieder was gibt noch ein paar andere sachen die wir reparieren müssten beim nachfahren müsste das eigentlich okay sein wasserspender in sonnige savannah ist kaputt gegangen ist das hier das ist dschungel wald sonnige savannah das ist hier beim beim nashorn das ist kaputt gegangen wie kann das dann sein das ist ja nicht so gut wir brauchen einen schraubenschlüssel ich habe doch den schraubenschlüssel hier upgraden sie den schraubenschlüssel was machen wir das mal die muss man upgraden damit er damit er reparieren kann wie blöd ist das denn so jetzt auch ruhe hier beim nashorn sonst schweiße ich das an so ich wollte jetzt auch noch mal gucken was so generell im zoo noch los ist weil es gibt noch so ein paar sachen die wir noch reparieren müssen gerade auch hier hinten bei den gehegen also hier bei dem nashorn haben wir eigentlich alles repariert hier könnte man tatsächlich auch sachen hinbauen ein dekoratives tor zum beispiel savannah buschweg australischer buschweg das schon savannah buschweg sehr gut da kann man hier so sachen hinbauen ein nashorn schild das finde ich gut so kann man spendendose hinmachen herzlichen glückwunsch du hast die erste spenden box aufgestellt denkt daran regelmäßig wieder zu kommen um das geld einzusammeln dass besucher für dich hinterlassen haben geil das gut so was kann man hier noch hinbauen so was kann man hier noch hinbauen wieder ein nashorn schild weil hier drin er ist sind ja die gazellen eine gazelle hier ist wieder eine spenden box so gibt es irgendwelche sachen die wir reparieren müssen in dem gehege haben muss ich auf jeden fall noch mal bei gehen hier machen wir dann das elefanten schild weil hier ein elefant drin ist der ist auch noch nicht so glücklich also wissen wir noch nicht was das ist in dem gehege hier aber das auch ein großes mit wasser auch und so da kannst du auch guten tiger reinmachen oder sowas guck mal es sieht so aus als würde der zaun atmen seht ihr das das sieht so ein bisschen so aus achso das war ja gar nicht hier wo wir hin wollten sie haben eine neue mildteilung erhalten dann gehen wir noch mal gucken tolle änderung erscheinungsbild des geheges versteck im dschungel das ist da wo der elefant drin ist müsste das hier sein gut ist das nicht ich wollte jetzt hier unten erstmal ein paar sachen reparieren auch und so und das gehege schick machen so wir brauchen eine bohrmaschine korrigieren wir das ding mal und dann seht ihr das ist hier so ein bisschen minigame mäßig dass man die schrauben reinbauen muss ich finde das spiel macht relativ viel spaß ich finde die grafik ist okay also ist jetzt natürlich nicht nicht state of the art aber du machst halt verschiedene aufgaben und gerade wenn du so ein mini spiel verpasst dann dann hast du auch so ein paar probleme sehr gut es scheint zu laufen und rein mit der schraube easy so da haben wir das repariert weil hier drin gibt es halt auch noch so ein paar sachen die wir kaputt machen müssen auch glaube ich hier gibt es so ein unterstand den hier zum beispiel den könnten wir gut zerstören und dann kommen die kaputten sachen in diese in dieses umzugs ding hier in diesen container und dann dann haben wir hier nämlich platz für neues neues gehege für neue tiere weiß auch nicht warum die hier so ein unterstand einfach stehen lassen haben aber es ist natürlich ein alter zoon das darfst du nicht vergessen die frage ist ob ich jetzt auch noch meine schaufel upgraden kann kann ich tatsächlich weil ich die kapazität erhöhen weil vorher war sie nur auf zwei aber relativ wenig so viel kann ich euch schon mal sagen so das bin ich mit meinem mit meiner hand dass ich das hier so mache 722 in den letzten fünf minuten verdient tendenziell würde ich sagen wir brauchen halt auch noch ein paar shops das so ein bisschen das so ein bisschen das was man hier in dem spiel macht wir holen uns natürlich auch noch mal ein paar tiere die gehege heißen auch immer interessant so zum beispiel bei diesem dschungel ding wo der elefant drin ist würde ich halt gerne ein anderes tier den gorilla hätte ich gerne reingemacht aber im tutorial konntest du dir leider nur die tiere so holen wie sie sind so dann ist das enclosure also das gehege tatsächlich auch repariert machen wir den kram dazu das hier müsste eigentlich auch noch mal repariert werden hier müssen wir sogar auch noch mal schweißen jetzt sehe ich gerade haben wir nicht noch haben wir tatsächlich auch noch das ist ein wasserhahn den wir haben so das ist schon mal gut dann können wir das genauso gut einmal festschweißen auch mal dann haben wir den 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 zaun repariert ist ja auch nicht schlecht alles was wir haben haben wir habt ihr eigentlich schon den daumen nach oben da gelassen weil dann kann es sein dass wir hier tatsächlich noch mal eine folge mehr machen und so müssen wir glaube ich den 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 zu schön reparieren hier zumindest ist das so ein bisschen der der plan ich habe jetzt nur einmal hier das vorne bei dem gehege nicht das ganze gehege an sich weil wenn ich das gehege einmal komplett repariert dann glaube ich bin ich morgen noch dabei und wir wollen ja schon gerne noch mal neue tiere haben also lass einmal sehen was für ein gehege das ist ja das ist ja stiller hain ein stiller hain also tendenziell würde ich hier halt auch gerne ähm die gazellen hätte ich dir gerne hingemacht wenn ich ehrlich bin aber ich weiß nicht wie ich tiere um umsiedeln kann ob das überhaupt geht tierverwaltung tierverwaltung muss repariert werden bei den bei den gazellen ach geht tatsächlich ich kann die um um wechseln dann sind die beiden jetzt in dem gehege da im stiller hain und wald höhle da können wir irgendwie ein grizzly haben oder so wir holen uns natürlich stiller hain versteck im dschungel das wäre so grasiges plateau glaube ich für den elefanten für manfred günther ist auf der sonnigen savanne wald höhle da würde ich ja irgendwie so ein so ein bären sehen so ein grizzly sehr gut was gibt es hier so können wir uns zwei grizzlys holen ein 17 jähriges weibchen oder ein 12 jähriges weibchen wir holen uns natürlich das 12 jährige weibchen kostet auch nicht so viel adoptieren wir so wald höhle der auslauf ist noch nicht repariert schade wie kann das denn sein was muss ich denn da reparieren was muss denn repariert werden hat das elefant zwar falsch aber hat er noch wasser ja so ein bisschen wasser kriegt er jetzt noch super das war der elefant machen wir nochmal zu dann ist der andere das andere gehege hier hinten was muss repariert werden der zaun ja ok der zaun haben wir uns paar neue stäbe die sind jetzt im lager das heißt da muss ich einmal hin das ist hier vorne kann man die stäbe mitnehmen so und dann stellen wir die hier hin zack und dann schweißen wir das einmal fest wie sich das gehört so schweiße 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 und schon schöne schweißnaht hier halt so dass wir da auch bis dies rein machen können so sehr gut dann verkaufen wir die deco und ja ich weiß ich habe sie gerade erst gekauft aber ich wusste noch nicht dass wir hier die die tiere umbindern werden bisschen wasser auffüllen für den bären den wir uns jetzt holen werden der unterstand ist okay oder ach komm was soll es was soll es so was sagt die enzyklopädie was möchten grizzlies haben grizzly bären die brauchen lebens eine hecke einen kratzbaum hecke und kratzbaum das heißt wenn die hier in der mitte so einen kratzbaum kriegen und dann natürlich auch nochmal eine hecke aber guru die hast du gerade erst verkauft ich weiß okay gibt nicht so viele schirme dann ist das halt so so wir gehen jetzt erstmal einen grizzly kaufen der kann nämlich tendenziell auch alleine leben glaube ich ist sie noch da ist sie noch aber ein männchen aber auch noch ja gut dann nehmen wir uns natürlich beide hier was ach das ist weil der lebensraum klein ist okay wer lebt denn in einem in einem in einem kleinen kleinen das ist einfach ein roter panda leben die in einem kleinen kleinen unterschlupf oder was mittel groß mittel klein das war eine wüste steppe wald ja ein roter panda dann holen wir uns natürlich ein paar rote pandas einmal hier dieses weibchen die zieht hier ein sehr gut kann ich auch noch hier ein ein männchen nehmen ein anderes tier muss erst raus gelassen werden okay machen wir das gleich mal den können wir dann erstmal hier freilassen weil der ist tendenziell glücklich in dem gehege und dann müssen wir aber zur stille haien weil die grundbedürfnisse der gazellen noch nicht sehr gut panda pia heißt sie jetzt so pia mag sie denn die sachen überhaupt hatte ich ja jetzt anfangs hecke kratzbaum regenschirm sehr gut dann machen wir noch einen regenschirm hier rein so dann ist sie zufrieden und dann weiß ich gerade gar nicht hat die dann das fressen was sie braucht Obst und Gemüse ja sehr gut das heißt wir gehen dann einmal zu den zum haien sind eine beträchtliche Summe in meinen Spendenboxen angesammelt das finde ich gut 2000 Alter Gute Geschichte so hier ist der Wasserhahn kaputt das ist okay für mich hier müssen die gazellen drin sein ne die sind eher nicht so zufrieden achso deswegen wusste ich nicht dass die hier so so random rein reingedingst werden hier äh äh i reparieren wir den mal den Wasserhahn so füllen wir das Wasser nochmal auf sehr gut sehr gut und Futter müsst ihr eigentlich auch haben mit ein bisschen Obst und Gemüse voll ach guck mal die haben sogar Durst die Kleen ja die hatten sehr viel Durst und Hunger können wir genauso gut nochmal aufdrehen das Wasser jetzt wird auch gefressen gleich sehr gut jetzt geht die Zufriedenheit auch hoch wenn das alles gut gemacht ist sehr gut siehts bei dir aus die hat auch noch Hunger da wird sie noch gesnackt so was hatten wir jetzt gesagt was brauchen die für für Spielzeug Hecke und Heu dann ein bisschen Heu und dann eine Hecke so dann haben die es haben die was sie wollen dann haben die Spielzeug auf jeden Fall auch noch Schlaf müssten die auch noch kriegen wenn die schlafen halt unbeholfen ok hatte hier so ein paar Sachen in der Hand gerade paar viele Sachen so dann kann man normalerweise die sind jetzt erstmal zufrieden Schlaf fehlt denen halt mich schon gewundert wo die waren ach guck mal Futter ist jetzt leer ja können wir genauso gut nochmal schnell auffüllen für die dann die haben alles weggefressen jetzt gibt es nur noch Gemüse hier so ein bisschen zumindest dann muss ich eigentlich noch mehr können wir genauso gut nochmal Pellets kaufen Gemüse Obst auch ich glaube wir haben am meisten die Obst und Gemüse fressen und dann hätte ich gerne noch einen Gärtner der sich hier um die Pflanzen kümmert eigentlich ne wenn ich ehrlich bin ok der will auch noch Gesellschaft der eigentlich auch die sind eigentlich sind die zufrieden die beiden Gazellen wie sind die Besucher zufrieden die Szenerie ist halt nicht so gut ne ok also wir können eigentlich gucken eine Rezeption ein Hauptbüro eine Kaffee Ecke Büro Lagerhaus Zoo Eingang Fahrkartenschalter Pflanzen Gärtner gesucht ok also wir wollen wir wollen ja einen Gärtner einstellen so jetzt haben wir einen Gärtner guck mal da kann verschiedene Pflanzen hier machen bei der Waldhöhle zum Beispiel auch ja hier nehmen wir den zweiten Satz sehr gut Versteck im Dschungel ne aber stiller Hain das hier würde ich fühlen die sonnige Savanne da geht das hier auch sehr gut oh guck mal wie gut das aussieht jetzt wo wir einen Gärtner haben ja guck mal die Szenerie geht auch hoch nice ok es sieht viel besser aus mit Pflanzen krass was das für einen Unterschied macht und dass wir einen Gärtner haben das Tor ist kaputt gegangen guck mal auch hier wo der kleine Panda drin ist sieht auch asiatisch aus nice was ist hier kaputt gegangen beim Elefanten ist was kaputt gegangen ah das Tor ist kaputt gegangen machen wir das mal ich weiß nicht ob man einen Handwerker haben kann dass die das hier alle regeln weil aktuell machen wir ja viel von solchen Sachen und so geht es halt weiter ich würde ja sagen dass das hier jetzt erstmal die erste Folge war ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt und dann können wir einfach mal nochmal eine zweite Folge machen oder nicht würde ich einfach mal so schätzen in diesem Sinne danke für eure Aufmerksamkeit lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann wenn ihr mögt im nächsten Teil ich würde mich freuen bis dahin haut das mal rein bis dahin haut das mal rein